Hallo Leute, ich begrüße euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen Trick mit einer Keule. Den kann man später dann natürlich auch in die drei Keulen schon klar mit einbauen. Aber dazu kommt demnächst noch ein Video, wie es da mit drei Keulen aussieht. Mit einer Keule, wie man den Trick kann, sieht er so aus. Ihr seht schon, der sieht relativ schwierig und gut aus, aber so schwierig ist er gar nicht. Also, ihr nehmt einfach die Keule, werft die hoch mit einer halben Umdrehung. Das heißt, ihr fangt sie dann so, also ihr habt sie hier, werft sie dann hoch und fangt sie dann hier oben schon. Also nicht erst hier unten, sondern schon hier oben. Und dann fangt ihr sie hier mit diesem Zeigefinger mit dem Daumen und die restlichen drei Finger schließt ihr dann zur Faust und tut die einfach noch hier rechts an. Dann habt ihr die hier in diesen zwei Finger und könnt sie einmal schön zu euch mit dem Körper hindrehen und wieder auf der anderen Seite weg. Und dann macht ihr die andere Hand auf, wenn sie auf der Seite ist und dann funktioniert das Ganze auch. Also nochmal. Ihr schmeißt sie hoch, fangt sie hier, habt sie dann so mit dem Finger, dann dreht ihr die einmal zu euch hin, einmal darüber, macht dann die Faust auf und die Finger auch. Und wenn ihr da nicht genug Schwung habt, kommt sie auch wieder nach vorne. Ich zeige es euch nochmal schneller. Hochwerfen und drehen. Hochwerfen und drehen. Also, hochwerfen und drehen. Hochwerfen und drehen. Hochwerfen und drehen. Hat euch der Trick gefallen? Wenn ja, gebt dem ganzen Video eine positive Bewertung. Wenn ihr noch Fragen, Anregungen oder sonstiges habt, schreibt es einfach in die Kommentare, würde ich mich sehr darüber freuen. Dann sehen wir uns am 16 Uhr wieder am Samstag. Bis dahin, ciao.